Gentleman sagt, ich dürfe hier nicht essen. Nein, Sie verstehen nicht. Er spielt heute. Er ist die Hauptattraktion. Tut mir sehr leid, aber das ist bei uns so Vorschrift. Und? Alles in Ordnung? Nein, nichts ist in Ordnung. Der da sagt, Dr. Schwerle kann hier nicht essen. Oh, Sie müssen entschuldigen, aber das sind lang bestehende Traditionen, die Clubregeln. Sie verstehen das sicher. Nein, das verstehe ich nicht. Ich darf in 45 Minuten auf der Bühne sitzen und Ihre Gäste unterhalten, aber nicht hier essen. Es tut mir leid. Sekunde mal. Wollen Sie mir sagen, die Pfeifen von seiner Band und die ganzen Leute, die nur wegen ihm hier sind, dürfen hier essen? Aber der Star des Abends, der mit dem Ehrenparkplatz nicht? So leid es mir tut. Nein. Er muss essen. Ich meine, er muss doch was essen. Passen Sie auf, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir bringen ihm einfach was in die Garderobe. John, reich ihm die Karte. Nein. In dieser Abstellkammer werde ich nicht essen. Man in der Bühne ist das Abends für eine Karte. Die Bergate Group ist das Abends mehr und umgeht's Bewege.